Elena, falls du mich hören kannst, ich kann nicht den Stream auf Zoom starten. Ich habe kein Übertragungsfeld. Habe ich leider jetzt erst gesehen. Guten Morgen liebe Traderinnen und liebe Trader. Zeit für den Marktcheck hier an dieser Stelle. Es geht los mit dem Blick auf WTI hier zum Montagmorgen. Ich hatte es gestern geschrieben im Blog und damit begrüße ich jetzt alle Zuschauerinnen und Zuschauer auf Facebook und auch auf unserem Livestream hier auf Zoom. Jetzt läuft auch der. Wer Fragen hat, ich mache es wie immer. Ich lade jeden, der live zuschaut, ein. Einfach rein in die Chats im Facebook und im Zoom. Und dann kann jeder die Fragen stellen, die er möchte. Und wenn wir die Luft dazu haben, gehen wir natürlich auch auf die Einzelmärkte noch mit ein. Wir haben heute dickes Programm. Wir haben WTI, wir haben den DAX, wir haben das Cable. Wenn wir es schaffen, sogar noch einen kleinen Blick in Neuseeland-US-Dollar. Also viele schöne Ideen auch wieder zum Montag. Da wird es nicht langweilig hier. Bei uns und das Ganze bei Tickmill zu traden auch nicht. Top-Konditionen, super Ausführung. Einfach mal auf die Website schauen. Das lohnt sich auf alle Fälle. Bevor wir hier durchstarten, wie immer der richtige und wichtige Risikohinweis. Bitte in Gänze zur Kenntnis nehmen. Der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin. Der kann zu Verlusten führen. Damit hätten wir das besprochen. Dann kommen die Nachrichten. Da gibt es heute nicht viel. Wir sehen es. Es gibt zwei Reden. Die EZB-Präsidentin Lagarde spricht um 13 Uhr. Das könnte für die Eurozone ein bisschen interessant werden. Muss man schauen. Die letzten Male haben jetzt nicht so gigantische Auswirkungen gehabt. Aber es ist immer wichtig, wenn man solche Termine auf der Uhr hat. Und wenn wir auf die Briten schauen um 18 Uhr. Da spricht Bank of England Governor Bailey. Wir wissen ja selbst, was das Thema Brexit für die Briten bedeutet. Von der Seite her schauen wir mal hin. Das Cable sieht auf alle Fälle momentan relativ gut. Für die bullische Seite auf. Aber man muss immer mit im Hinterkopf haben, wenn man dieses Währungspaar auch tradet. Der Brexit kann unter Umständen durchaus deutliche Ausschläge geben. Jetzt sehe ich auch auf Facebook und Zoom kommt die guten Morgengröße rein. Zurück von mir zu den Zuschauern. Und wir machen weiter. Mit dem Blick in die Charts. Australdollar, US-Dollar hatten wir letzte Woche. Das sind so die Dinge. Leute, ich liebe es wirklich. Wenn sowas, wie ich so schön sage, mit Schmackes zum Laufen kommt, macht das immer besonders viel Spaß. So sieht Momentum aus. Jetzt kommt es halt darauf an, dass der Wert sich auch oben drüber sozusagen hält. Wir über die alten hochsteigen. Dann können wir nämlich schön die oberen Level anlaufen. Und das wäre dann genau das Umkehrsignal, was ich auf der Woche auch hatte. Hier geht es halt stark nach oben. Das ist ein Umschwung und das könnte uns weitere starke Kurszuwächse bescheren. Jetzt müssen wir einfach abwarten, was der Markt hier macht. Die Trades auf der Long-Seite haben wir nicht mehr in der Hand. Da liegen wir jetzt im Markt. Deswegen ist da immer das Stopp-Management eine sehr, sehr wichtige Herangehensweise an dieser Seite. Aber weg von dem, was wir letzte Woche hatten. Wir gehen rein zu dem, was jetzt wichtig ist. Und zwar schauen wir erst einmal auf das WTI. Kürzel hier bei Tickmill XTI. Und da haben wir es. Hier erst einmal im Stundenchart. Aber der Stundenchart ist jetzt noch nicht so von starkem Interesse. Ich mache mal kurz diese Felder raus, die wir gleich bei der größeren Besprechung hier nicht brauchen. Ich möchte zunächst erst einmal hier auf den Tagesschart eingehen. Weil wir am Tagesschart etwas sehr, sehr Wichtiges gesehen haben. Und zwar, naja, eigentlich haben wir zwei was gesehen, wenn wir das mal so haben wollen. Zwei Dinge. Nummer eins, wir haben diesen massiven Abverkauf gesehen. Wir haben das Tief gesehen um die Marke von 36 Dollar. Und dann diesen sehr, sehr starken Anstieg. Und den sehr, sehr starken Anstieg, den haben wir halt bis hoch hier oben um die 41,30 gesehen. Das ist ein sehr, sehr, ja, ich sag mal marktrelevanter Bereich. Wir haben den hier drüben sehr, sehr oft in Aktionen mit dem Markt gesehen, als es gekämpft hat und der Markt dann drunter gefallen ist. Hier ging es dann drüber. Hier hat der Markt gehalten, gehalten. Naja, ganz kurz gehalten. War hier eher eine Drehzone. Und dann, wupp, ging es nach unten. Natürlich ist das jetzt ein Widerstandslevel, ja. Das haben wir hier gesehen. Widerstand oben ran, zzzzt, ging es nach unten. Und zwar trendförmig. Hier am Freitag ran, zzzzt, ging es nach unten. Wird es wieder was trendförmiges abwärts oder nicht? Ich habe keine Ahnung. Aber, ich habe hier zwei Szenarien auf der Uhr, die durchaus interessant sein könnten. Das erste Szenario ist wahrscheinlich eher ein mittelfristiges Szenario, aber es könnte sich entwickeln. Es ist sehr, sehr, sehr früh. Ich möchte aber, weil ich weiß, hier schauen auch viele zu, die immer so ein bisschen auch mal was lernen wollen im Traden. Schaut mal, wenn sich ein Aufwärtstrend entwickelt, ja, dann haben wir zuerst eine initiale Aufwärtsbewegung, dann haben wir eine Gegenbewegung und dann haben wir die zweite Bewegung nach oben hin. So, und der Punkt, der jetzt hier erfüllt ist bei einem Aufwärtstrend ist, die zweite, also die Korrekturbewegung, hat in der Regel ein höheres Tief. Und was haben wir hier? Das erste Tief bei 36,02, das zweite Tief bei 36,50 ist höher, ja. Spricht also dafür, dass wir durchaus eine Chance haben, mittelfristig nach oben zu laufen. Die Chance ist da. Ob sie kommt, habe ich absolut keine Ahnung, ich weiß es wirklich nicht, weil wir haben jetzt, sage ich mal, von hier oben bis hier runter, ohne diese Grundszenario für eine mögliche Umkehr zu zerstören, viel Luft, ne. Wir stehen jetzt bei um die 40, 40,32 Akte, nein, das ist Quatsch, wir stehen jetzt bei 40,11 gerade. Da haben wir viel, viel Platz nach unten. Das heißt, wir können auf der Short-Seite jetzt sehr, sehr viel Geld aus dem Markt mitnehmen, wenn wir es clever anstellen, ohne dieses Long-Szenario aus dem Blick zu verlieren, ja. Es könnte auch sein, dass sich hier oben ein Kontraktionsmuster entwickelt unter dem Widerstand, dass der Markt so Kraft sammelt. Das werden wir sehen, ja. Ja, aber nichtsdestotrotz, es ist halt interessant zu sehen, was hier an dieser Stelle jetzt im größeren Bild passiert. So, für die kurzfristigen Schwäder ist aber der Blick in die kleinere Zeiteinheit deutlich wichtiger, weil wir sehen es hier drinnen schon. Schaut mal, diesen Bereich, den ich hier Magenta-Farben markiert habe, das ist der Bereich um die 40,32 Dollar. Das ist ein Drehbereich, der war hier Widerstand, dann sind wir drüber gegangen und jetzt sind wir einfach wieder drunter getroppt. Jetzt ist das natürlich auch wieder ein Widerstand. Und wenn wir jetzt sehen, was ich gerade auch gesagt habe, wir haben durchaus die Chance, zwar nach oben zu laufen, aber auch das Potenzial, die Unterseite nochmal deutlich abzugrasen und möglicherweise sogar in diesen ehemaligen Drehbereich hier unten bei 38,65 reinzufallen, das ist doch mal eine Marke, die durchaus von Relevanz ist. Und das schauen wir uns jetzt mal in der kleineren Zeiteinheit an. Das heißt, wir gehen jetzt nicht auf die Oberseite vom Chart ein, sondern wir blicken jetzt hier im WTI einfach mal die Unterseite an. Und bei der Unterseite sehen wir hier an dieser Stelle schon, was jetzt an diesem Punkt hier wichtig ist. Und die wichtigen Dinge, wie immer, markiere ich an dieser Stelle gleich einmal und zwar ist der Bereich, den wir hier oben hatten, also dieser Bereich hier, ja, das ist dieser Drehbereich, den hatten wir im kleineren, im kleineren Sektor hinten. Ich muss das mal noch ein bisschen kleiner machen. Schaut mal hier, da kam das her. Hier ist dieser wichtige Drehbereich entstanden, dieser Untergeordnete und den sehen wir jetzt hier. Und da sind wir in einem aktiven Abwärtstrend nach unten gelaufen. Wir sehen, er setzt sich momentan auch eher zur Unterseite fort, als dass er drüber fliegt. Das heißt, wir sind jetzt hier wieder in so einem sehr, sehr schönen Spannungsumfeld, wo sich der Markt jetzt einfach entscheiden muss. Wenn er jetzt hier durchstartet nach oben, wieder drüber geht und dann hier oben dieses Level ranläuft, das wäre kurzfristig ein eher bullisches Zeichen, dass der Markt einfach dort oben diesen Bereich rausnehmen möchte. Und das wäre dann die so genannte, sag ich mal, verengende Phase, dass der Markt immer, immer flacher wird. Und wenn wir uns das Ganze im großen Bild mal anschauen wollen hier, dann sehen wir, oh, wartet mal, das will ich mal nicht, das ist ein bisschen dick hier, dann sehen wir einfach, dass der Markt durchaus auch das Potenzial hat, schon nach oben auch reinzulaufen. Also, wenn wir uns das Größere mal anschauen wollen, schaut mal, was wir hier haben. Da haben wir schon den Markt nach oben laufen und das, was wir jetzt hier sehen, diese Abwärtsphase, ist quasi im Kleinen, so, naja, in der Art die Gegenbewegung hier, immer wieder oben angeprallt, abgeprallt. Und da kommt es jetzt wirklich drauf an. In diesem Kontext hier, wenn wir jetzt wieder hier oben drüber laufen und dann anfangen, nach oben zu laufen, wäre das das bullische Zeichen, ja, das wäre die Seite mit dem oberen Teil, was ich besprochen hatte. Aber die untere Seite ist halt auch wichtig. Und das ist das, worauf es mir jetzt aktuell drauf ankommt, wenn der Abwärtsphase hier, kriegen wir tatsächlich hier in diesem Bereich, hier einen Abwärtsphase, dann haben wir nämlich die Fortsetzung des aktuellen kleinen Trends. Also hier, das, was sich hier nach unten schiebt, das ist jetzt das Wichtige. Und das Wichtige bringt uns halt die Dynamik zur Unterseite. Und da sehen wir jetzt halt den Schub unten drunter, die Korrektur. Und wenn das unten durchläuft hier, also das heißt auch hier neue Tiefs macht, dann haben wir gute Anlaufpunkte. Klar, was im ganz, ganz kurzfristigen hier um die Marke von, naja, was wird das sein, 39,70 in etwa, aber mittelfristig viel interessanter, schaut euch mal an. Wir haben hier, wenn wir uns diesen Aufwärtstrend mal angucken, schöne Swinglows. Und diese Swinglows sind immer wieder gute Anlaufpunkte für die Planung zur Unterseite hin. Hier auch nochmal eine ganz kleine Kontraktion unten rein und dann nach oben. Also diese Marker sind auf alle Fälle da auf dem Weg nach unten, möglicherweise sogar bis zu 36,50, wenn der Markt hier deutlich schwach wird. Wenn er deutlich schwach wird, bleibt die Volatilität im WTI hoch. Das heißt, die Bullen sind hier nicht ganz so aktiv, das muss man einfach auch wissen. Das ist dann eher für die kurzfristigen Trades interessant, ne? Aber diese Punkte, die ich hier mit diesen Pfeilen markiert habe, das sind die Pivot Level im Sinne dieser initialen Aufwärtsbewegung. Und da wäre es tatsächlich interessant, wenn der Markt diese Pivot Level hält. Und da sehen wir einen wichtigen Stellpunkt. Wir haben jetzt zwar hier diesen Bereich schon abverkauft, ja, und jetzt wissen wir nicht, wie es drüber geht, aber wenn der Markt es tatsächlich schafft, vor diesem Punkt oder an diesem Punkt hier umzudrehen, hätten wir hier weiterhin den intakten Aufwärtstrend der Stunde und damit die Chance, weiter oben reinzulaufen. Und das ist echt richtig interessant. Schaut euch das mal an. Das Tool zeigt es auch an. Es geht aufwärts und wenn wir hier wieder rumdrehen, das wäre eine echt interessante Story für die Long-Seite im WTI. Juh, hätten wir das, wir machen weiter, schauen auf die Währungen, das Cable schauen wir uns als nächstes an. Und wie schon gesagt, an dieser Stelle gehen wir auch auf Wunschmärkte ein. Jetzt wäre ich auch gerade gesehen, wie schätzt du die Chance im Neuseeland-Dollar, US-Dollar ein? Ich hatte es schon gesagt, wenn wir die Zeit haben, machen wir das heute noch. Steht auch direkt auf meiner Agenda, können wir auch hier unten lesen, in der Zeile, die langläuft, habe ich es auch mit reingeschrieben. Zunächst allerdings erstmal britisches Fund. Ich muss wirklich sagen, was wir hier sehen, gefällt mir für die Long-Seite richtig, richtig gut, weil wir sind am Freitag mit ordentlich Karwumms hochgestartet. Hier, wir kamen von unten raus und zack, drüber. Und wir haben hier an dieser Stelle ein wichtiges Level rausgenommen, nämlich hier die Marke von 1,30. Da sind wir endlich mal wieder drüber gegangen. Und die Marke von 1,30 hier an dieser Stelle ist schon ein wichtiger Punkt. Warum ist das ein wichtiger Punkt? Schaut mal, aus diesem Widerstand oder aus dem Unterstützungsbereich hier drüben ist hier ein Widerstandsbereich geworden. Der ist hier nochmal zum Abprall gekommen an dieser Stelle. Und jetzt läuft der Markt dort tatsächlich runter, beziehungsweise rund nach oben. Und das ist jetzt das Interessante an dieser Stelle, weil wir haben hier, schaut es euch mal an, jetzt einen Markt, der nach oben schiebt. Wir sind hier über ein wichtiges Level drüber gegangen. Moment, ich mache es mal so. Schaut mal hier, das war der Abwärtstrend. Und da sind wir jetzt drüber mit einem intakten Aufwärtstrend. Und das ist wirklich die interessante Story. Wir haben jetzt nämlich Luft nach oben. Eine Sache müssen wir noch rausnehmen aus dem Markt und dann kann die Post nach oben abgehen. Und zwar dieser Bereich hier oben. Der Bereich hier um die 1,30, knapp 7. Der ist jetzt noch wichtig. Das ist ein Widerstandsbereich. Deswegen mache ich den auch direkt mal rot. Und da muss der Markt noch drüber. Das ist nämlich hier ein ziemlich großer Abverkaufsbereich gewesen. Das hat hier oben angefangen. Und dann haben wir es gesehen, als diese Marke gefallen ist, wurde auch der größere Aufwärtstrend hier, der hier eingezeichnet ist, rausgenommen. Und wenn wir das dann auch noch weg haben, haben wir viel, viel Luft nach oben hin. Bis hier oben, weit über die Marke von 1,34,6. Das ist Potenzial zur Oberseite. Muss man auf der Uhr haben. Und damit wir schauen, dass der Markt auch das macht, was wir wollen, blicken wir uns eben mal kurz den Zeitrahmen an hier. Ich gehe mal in den 4-Stunden-Chart rein. Weil da sehen wir auch, was wir im Tag schon sehen. Wir sehen den Markt so Stück für Stück nach oben trenden. Und das ist jetzt der wichtige Bereich. Hier, ich skizziere es einfach mal noch kurz an. Dieser Aufwärtstrend, den wir jetzt hier sehen, der hat durchaus das Potenzial, ordentlich nach oben weiter zu laufen. Das hat hier unten angefangen und seitdem skaliert sich der Markt. Ja, manchmal schön, manchmal nicht so schön, aber er skaliert sich nach oben. Und jetzt wäre es halt sehr, sehr wichtig, hier diesen Bereich, dieses Level rauszunehmen. Und wenn wir hier ganz grob die Marke von 1,30,70 aus dem Markt rausnehmen, dann sehen wir, welches Potenzial dieser kleine Trend auch hat. Der schiebt dann nämlich den größeren Trend auf Tagesbasis. Und da haben wir jetzt den Aufwärtstrend da weiter nach oben. Und das mal zusammengerafft, da sehen wir auch schon wirklich, wie wichtig dieser Bereich hier ist. Und wenn das Thema vom Tisch ist, Leute, dann haben wir es wirklich. Dann haben wir gut Potenzial zur Oberseite hin. Beispielsweise hier, wenn man mal schauen möchte, hier, guckt euch das mal an, der nächste Widerstandsbereich, ja. Der liegt erst hier oben, um die Marke von 1,32,4 bis 1,32,7. Hier in diesem Schwungbereich, ne. Das war hier der Ausbruchsbereich zur Oberseite hin. Hier hat es kurz gehalten, da war es auch Support. Und dann ist es drunter gegangen, da wurde es zum Widerstand. Das heißt, wenn jetzt hier die 1, naja, 30,7 rausfliegen, ja. Dann ist erst einmal Luft. Ich hänge die Linie mal rein hier, schaut mal. Dann haben wir Luft bis oben rein, um die 1,32,6,5. Das ist doch meine Hausnummer. Also hier, das sieht sehr, sehr bullisch aus. Bestätigung mit Bruch über 1,30,6. Das wäre dann die Fortsetzung des Trendverlaufs hier, den wir hier an dieser Stelle haben. Da haben wir durchaus das Potenzial, weiter zu steigen. So, dann jetzt ganz flott auf das Währungspaar Neuseeland-Dollar, US-Dollar. Und dann gucken wir noch auf den deutschen Leitindex, den DAX an dieser Stelle. So, und wie schon gesagt, Zeit für den einen oder anderen Wunschmarkt. Den haben wir heute zum Montag auch noch. So, jetzt muss ich schauen. Neuseeland-Dollar, US-Dollar. Da ist er drin, ne. Der gefällt mir momentan genauso gut, wie das Währungspaar Austral-Dollar, US-Dollar. Guckt euch mal an hier. Ich will euch das nur mal kurz zeigen. Im großen Bild sieht das ähnlich aus wie im Austral-Dollar. Wir sind hier, schaut mal hier, Trende. Der Markt sehr, sehr schön nach oben. Wir haben hier wichtige Level in diesem Abwärtstrend rausgenommen. Das heißt, hier diesen Bereich, hier, da ist der Markt reingenommen, reingelaufen. Sehr, sehr schön auch von unten nach oben gelaufen. Also hier auch einen sehr, sehr schönen Bullenmarkt seit dem Tief von 2020. Vom Februar war das unten gewesen. Um die Marke von 0,54,6,8. Und jetzt sind wir schön reingelaufen. Das Top haben wir bei knapp 0,68 gehabt. Dann gab es einen Schub nach unten, ganz klar. Aber er hat seinen Haltepunkt hier unten bei 0,65,1 nicht verpasst. Er ist raufgelaufen und strebt seitdem nach oben. Hier kam die Umkehrwoche. Letzte Woche eine schöne Bestätigungswoche. Und hier ist es jetzt wirklich wichtig, damit wir die Long-Seite weitersehen, muss man einfach weiter nach oben trenden. Und das schauen wir uns mal kurz im Tagesschart an. Da ist nämlich die Chance durchaus gegeben. Hier mit Blick rein. Weil wir sehen es hier. Der Markt fängt hier wieder an, nach oben zu streben. Hier, der Aufwärtstrend ist da. Er geht nach oben. Und wenn wir sozusagen jetzt dieses Zwischenhoch hier rausnehmen, also hier Trendfortsetzung oder Trendentstehung ist gelungen, als wir hier dieses Hoch weggenommen haben. Wenn wir jetzt tatsächlich oben drüber laufen, hier über die 0,66, knapp 7,4. Das wäre Fortsetzung des Ganzen. Da müssen wir mal schauen. Das ist alles jetzt noch relativ flach da oben. Verharrt sozusagen auf relativ hohem Niveau. Wenn wir uns das mal anschauen, hier schon in einer schönen Stelle drinnen. Hier, das ist also dieser Drehbereich da oben drum. Den können wir jetzt sozusagen auch mal in grün machen, weil der Markt sozusagen oben drüber ist. Also ein Unterstützungsbereich, den man durchaus auf der Uhr hat. Und wie schon gesagt, wenn der hält, dann haben wir gute Chancen zur Oberseite hin. Hier Trendfortsetzung und dann haben wir viel Potenzial im Tagesschart nach oben. Fällt es unten drunter, wäre es eine Korrekturausdehnung nach unten. Wir haben da einiges an Anlaufpunkten da. Was wir auf alle Fälle mal hier auf den allerersten Blick sehen, ist der Ausbruchsbereich unten um die Marke von 0,66. Dieser Bereich ist da. Da haben wir auch drüber, hier ist der Aufwärtstrend entstanden. Wartet, ich skizziere auch das mal ganz kurz an. Also hier, schaut mal. Hier, das ist die erste initiale Bewegung für den Aufwärtstrend gewesen. Und da hat es uns dann nach oben geschoben. Hier Bewegung, Korrektur. Und dann ging es oben drüber, über dieses Level hier, 0,66. Kurz verharrt und dann zack, nach oben. Und das ist jetzt das da. Da ist eine richtig schöne Dynamik da. Und die, die hier regelmäßig zuschauen, wissen ja, Korrekturformationen brauchen manchmal etwas Zeit, bis sie sich entwickeln. Manchmal funktioniert sie auch nicht. So wie wir das neulich gesehen haben, beim Euronoc oder Euroneuseeland-Dollar, müssen wir uns gleich nochmal anschauen, da funktioniert das nicht. Da dehnt sich das aus. Das ist ja überhaupt nicht schlimm. Deswegen warten wir ja auch immer, bis diese Formationen aufgelöst werden. Und dann kann man schön das Ganze traden. Und hier müssen wir jetzt einfach abwarten, was passiert. Fliegen wir oben drüber, wäre das direkte Trendfortsetzung. Und das wäre wirklich ein sehr, sehr bullisches Zeichen. Und wenn das passiert, dann gehen wir jetzt nochmal kurz zurück in den Tagesschart. Dann sehen wir im Tagesschart, wir haben hier oben, naja, einen Drehbereich noch liegen. Ich muss mal hier kurz ein bisschen was rausnehmen. Was wir hier nicht mehr brauchen, was nicht so wichtig ist. Und zwar, hier untergeordnet hatte ich das mal eingezeichnet. Hier, wir hatten hier so einen, naja, so einen leichten Schwungbereich. Ob der jetzt noch eine Relevanz hat, hier dieser große Drehbereich, ich bin mir nicht ganz sicher. Der kommt aus diesem Schub nach unten her. Wartet mal, wir schauen uns das mal ganz kurz noch auf dem Stunden- bzw. 4-Stunden-Shart an. Da ist ein Drehlevel, hier um die Marke von 0,68, 76. Und das ist halt als Widerstand noch da. Wenn es nicht rausgenommen wird, bleibt es halt. Ich skaliere es mal ganz kurz zusammen. Schaut mal, das ist halt dieser Drehbereich hier unten. Diese 0,68, 0,67, hier ging es hoch, aufgesetzt. Dann hat es nach oben getrendet. Dann nochmal Korrektur wieder aufgesetzt. Dann ging es wieder nach oben. Und dann wurde hier massiv abverkauft. Wir haben nochmal von unten getestet. Und dann ging die Post nach unten ab. Und da sehen wir, das ist ein marktrelevanter Bereich. Das ist durchaus ein Widerstandslevel. Aus diesem Grund, wenn wir hier über dieses Zwischenhoch drüber laufen, wäre der kurzfristige Anlaufpunkt hier knapp die Marke von 0,66, 9. Ganz grob, hier der Schwungbereich ist auch größer. Muss man einfach sehen. Und wenn das Level tatsächlich rausgenommen hat, haben wir gute Chancen, weiter nach oben zu laufen. Und die erste Marke hier oben rein als Ziel hier oben. Das wäre mal der Umkehrbereich 0,67, 5. Und dann haben wir schon das hoch oben. Also wir haben auf alle Fälle Potenziale zur Oberseite da, die man durchaus hier in diesem, ja sag ich mal, Trendverlauf nach oben hin gut und gerne mit rausnehmen kann. Und das wäre dann auch die schöne Bestätigung. Der Umkehr hier, der Tag nach oben. Und wenn wir uns das dann mal langfristig auf der Woche anschauen, hier an diesem Punkt, wenn wir das tatsächlich hier dann oben drüber schaffen, über die 0, knapp 68, haben wir nächsten Anlaufpunkt bei 69. Also 0,69, 45. Lohnt sich, wenn man hinschaut und die Bullen dieses Spiel zeigen. So, das wäre das. Und damit DAXI, Leute. Wir gucken jetzt auf den Handelsstart im DAX. Und der sieht echt richtig, richtig toll aus. Nachdem der Freitag für den DAX irgendwie, der wollte nicht voran. Lahme Ente kann man dazu fast sagen. Wenn man mal schaut, dass beispielsweise hier im S&P 500 passiert ist, wie schön der Freitag aussah, ja. Und wenn wir uns dann mal den Freitag im DAX anschauen, Achtung, Leute, festhalten. Ich schalte jetzt um. Nein, wir sind, Moment, in den DAX rein. In den Tagesschart. Guckt euch mal die Freitagskerze vom DAX hier an. Das ist nix, ne. Das sieht man mal. Die US-Märkte waren da deutlich bullischer. Aber, Guys, es gibt Good News. Wir sind über der Marke von 13.000 geblieben. Wir haben zwar mal kurz unten drunter gelupft, sind dann aber wieder hochgelaufen. Ja, und jetzt schwankt der Markt so ein bisschen zwischen der psychologisch wichtigen Marke von 13.000 Punkten und diesem kleinen Drehbereich hier um die Marke von 13.115. Ich habe es ja hier markiert, ist nicht umsonst markiert, hat seine Relevanz. Da müssen wir drüber. Heißt also, wenn wir hier tatsächlich es schaffen, übers Freitagshoch drüber zu laufen, das ist auch das Hoch der letzten Handelswoche, dann haben wir gute Karten, uns weiter nach oben auszudehnen, hier Richtung 13.265 bis 13.300 Punkten. Das rein aus charttechnischer Sicht. Wir haben noch ein paar Nachrichten diese Woche auf der Uhr, aber jetzt nicht so schlimme Sachen, dass man sagen kann, hier sind kriegsentscheidende Sachen dabei. Das Thema Wahlkampf in den USA wird bestehen bleiben. Das Thema Stützungsprogramme für die Wirtschaft ebenfalls. Und da muss man sich halt auch fragen, macht das denn jetzt Sinn, darüber nachzudenken oder nicht? Trump hat ja gesagt, das wird wahrscheinlich erst nach der Wahl kommen. Und diese Pakete, ja natürlich, die Wahrscheinlichkeit, dass das nach der Wahl kommt, ist relativ hoch. Und die Wahrscheinlichkeit, dass das kommt, egal ob Republikaner oder Demokraten gewinnen, ist auch relativ hoch. Und damit hat der Markt etwas, auf das es sich freuen kann. Und die Vorfreude ist halt einfach da. Und man sagt sich halt, okay, je näher die Wahl rutscht, je größer wird auch die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Event einer solchen Entscheidung weiter nach vorne kommt und näher kommt. Und das ist die Vorfreude. Und das ist ja oft die schönste Freude. Und das scheint der Markt momentan so ein bisschen zu spielen. Dann haben wir allerdings auch noch weiterhin die Entscheidung zu diesem sogenannten Triple-P-Programm, also dieses Wirtschaftsstützungsprogramm für die Unternehmen, dass die genügend Liquidität bekommen, um kurzfristige Zahlungen weiter leisten zu können. Und das Thema Stütze für die Arbeitslosen ist auch immer noch nicht vom Tisch. Also wir haben durchaus ein paar Dinge, die diese Woche auch sehr, sehr positiv die Märkte stützen können. Dann das Thema Wahlkampf natürlich. Trump ist back. Der Hero in den USA hat sich ja zu Wort gemeldet, hat gesagt, er ist wieder da. Er kann jetzt wieder in die Vollen gehen. Da kann man von halten, was man will. Aber den Märkten scheint es zu gefallen. Also eine Mischung, die durchaus viel Überraschungspotenzial nach oben hat. Klar, auch nach unten negative Nachrichten können sehr, sehr stark auf die Märkte werken. Und dann an dieser Stelle natürlich auch zu starken Gegenbewegungen führen. Aber zunächst erst einmal, der DAX hält sich stabil über 13.000 Punkten. Und das ist schon mal eine sehr, sehr gute Nachricht. Und wenn wir uns das jetzt mal kurz im Kleinen anschauen wollen, an dieser Stelle, dann sehen wir einfach momentan so kurz vor Handelsstart, dass wir schon in diesem Bereich hier oben relativ, sag ich mal, zäh momentan noch sind. Also der Markt wartet schon erst einmal ab, was hier passiert. Wichtigerweise hier, wie schon gesagt, hier oben drüber das Hoch, was wir hier hatten, das sollten wir wirklich deutlich überschreiten. Das ist mal etwas über Wochenhoch von letzter Woche. Dann haben wir gute Chancen, direkt schön aus technischer Sicht weiter nach oben zu laufen. Geht man es im Kleinsten an hier, dann muss man einfach schauen, wo sind Anlaufpunkte. Und die sehen wir hier einfach auf der Unterseite hier, dieser Ausbruchsbereich, dieses Level hier zwischen 13.078 oder 13.080 und hier unten dieses kleine Zwischentief um die 13.073. Also wenn wir mal so grob sagen, wenn es jetzt hier nach unten geht, erstes Haltelevel zwischen 13.070 und 13.080. Und wenn der Markt dort dann weiter abverkauft, dann haben wir hier unten den nächsten Supportbereich um die 13.030. Der ist weiterhin aktiv. Und dann geht es schon ein Stückchen unten, ein Stückchen tiefer weiter hier an diesem kleinen Schwunglevel um die 13.015 Punkte Marke. Also durchaus interessante Level, die wir hier auch auf der Chartunterseite haben. Und die können wir für den kurzfristigen Handelsstart auch mit im Programm auf der Uhr haben, sollten wir doch hier einen kleinen Drop am Anfang bekommen. Erst dann, wenn wir hier unter die 13.015 laufen, dann müssen wir uns weiter nach unten orientieren. Und dann wird der etwas, sag ich mal, breiter, gefasstere Schub nach unten wichtig. Und da kommt als nächstes hier das Ausbruchslevel ins Spiel um die Marke von 12.965 Punkten. Das sind die Marke, die wir unten haben, mal zum Handelsstart gesehen. Nach oben hin, jetzt muss ich mal gucken, ob wir überhaupt jetzt so weit zurückkommen, hier in der Stundenchart-Historie. Ja, haben wir es nach da. Also sollten wir direkt drüber fliegen, haben wir den nächsten Anlaufpunkt hier drüben in diesem Bereich hier, wo dieser kleine Zacken ist, um die Marke von 13.100. Was haben wir hier? Knapp 65 Zähler. Was haben wir da als hoch? 67 haben wir als hoch. Also das ist da interessant und relevant auf der Oberseite als nächster Anlaufpunkt im Chart. Und das Ganze schauen wir uns jetzt noch mal kurz im 5-Minuten-Chart an. Ich nehme mal kurz die Trenderkennung raus. Wir sehen es natürlich, der Markt trendet hier im Kleinstbereich nach unten. Das ist ganz klar. Die schwarze Stundenkerze zeigt das an. Aber hier wollte ich einfach mal kurz zeigen, dass diese Marker, die wir gerade im Stundenchart gesehen haben, dass die durchaus auch eine Relevanz haben. Man sieht, wenn man Übung hat, den 5-Minuten-Trend auch sehr, sehr schön im Stunden-Trend. Das sieht man auch an den relevanten Markern hier. Hier dreht sich der Markt etwas rum. Da muss man das natürlich noch ein bisschen anpassen hier an diese Bereiche. Aber die grün markierten Level, das sind die Schwunglevel und die sind wichtig. Und diese Marker haben wir jetzt entsprechend da. So. Gut. Muss man sagen, gucken wir mal noch in die Fragen rein. Also Neuseeland-Dollar, US-Dollar haben wir gemacht. DAX ist durch. Schön kommentiert. Freut mich sehr. Frank, das ist passt. Ich freue mich. Ich mache das sehr, sehr gerne. Auch übrigens vielen lieben Dank für das Lob zur Analyse vom Austral-Dollar, US-Dollar. Da ging ja auch das Long-Setup sehr, sehr schön aus. Und hier möchte ich ganz kurz nochmal was Edukatives bringen. Und zwar hatte ich ja hier zusammen in dem Morning Briefing bei Tickmill vor einer Weile den Euronock besprochen. Und zwar dieses Ausbruchslevel hier oben raus über diese Kante. Und an diesen Stellen, das ist mal ein sehr, sehr schönes Beispiel dafür, warum ich gerne auf die Bestätigung von so einem Ausbruch warte. Ja, es gibt eine Menge Trader, die sagen, boah Seidel, sei doch da nicht so feige. Klar, ich verpasse da immer mal wieder ein Trade, wenn der Markt jetzt einfach so hoppla hopp nach oben gelaufen wäre. Aber es gibt einen Grund, warum ich das mache. Es ist halt einfach dieses Risikomanagement in meinem Trading, was ich hier ansetze in diesem Bereich. Das hat jetzt nichts mit der Marktanalyse zu tun, sondern einfach die Art und Weise, wie der Mike Seidel tradet. Und der Mike Seidel möchte halt sehen, dass so ein Ausbruch kommt, dass da eine Korrektur kommt und dass das bestätigt wird, dass wir den Trend in die übergeordnete Richtung haben. Sonst will ich da nicht rein. Und wir sehen jetzt hier mal, warum ich das mache. Schaut mal, was wir hier haben. Ich hatte es damals auch angesprochen. Es gibt nach so einem Ausbruch, wenn der fehlschlägt, immer das Risiko, dass wir weiter nach unten laufen. Und das ist jetzt mal so ein ganz, ganz typisches Signal, wo das Ganze richtig ist. Weil der Ausbruch war zwar da, aber der Abwärtstrend hier wurde nicht gebrochen. Und das ist jetzt der Punkt. Deswegen bringe ich das hier ganz kurz mal noch ein. Schaut euch das mal an. Hier haben wir den korrektiven Abwärtstrend gehabt. So, den kann man nicht wegdiskutieren. Der ist einfach da. Dann haben wir hier den Ausbruch aus dieser Flagge gehabt, aber der Abwärtstrend war noch intakt. Und ich hätte halt wirklich sehen wollen, dass der Markt sowas hier macht. Dann ein Aufwärtstrend, dann haben wir schön die Level oben rein. Nein, das ist nicht passiert. Aus diesem Grund ist das Ganze hier nicht reingekommen. Und das, was wir hier jetzt sehen, ist mal ganz klar, wir setzen diesen Korrekturtrend fort. Und die Longseite ist hier noch längst nicht vom Tisch. Wir müssen aber noch ein bisschen abwarten, was hier passiert. Ich klicke mal kurz in den 4-Stunden-Bereich rein. Schaut mal, das hier ist der Aufwärtstrend, den wir auf Tagesbasis haben. Und der Wert kann ja ohne Probleme bis hier unten rein in diesen Tiefbereich korrigieren. Um die 10, 63 bis 10, 65, 66. Kein Problem. Das ist das große Umschwunglevel. Und wenn der Markt das machen will, dann kann er das ja machen. Und das ist jetzt der Korrekturtrend, den wir unten haben. Und die Fortsetzung zeigt, wir haben noch weiter Luft nach unten. Und deswegen haben wir es weiter auf der Uhr für den Ritt zur Oberseite. Noch ist es nicht so weit. Die große Dynamik ist da, ist weiterhin vorhanden. Wir korrigieren jetzt halt nur. Und wir sind jetzt hier in diesem größeren Ausbruchslevel nicht zum Stehen bekommen. Wir haben auf Tagesbasis hier jetzt wieder einen, einen, sag ich mal, korrektiven Abwärtstrend. Hier fließt also Trend in Trend. Also für diejenigen, die es nicht sehen, ich ziehe es mal ganz kurz ein. Der große Trend ist ja noch da. Der kleine, der korrektive ist jetzt der hier. So, den haben wir jetzt da. Ja, richtungsführend ist also gerade ein Abwärtstrend in der Stunde. Und der korrigiert jetzt halt hier dieses größere Bild nach oben hin. Und wenn der wieder rumdreht, haben wir die Chance, da nach oben zu laufen. Aber so weit ist es jetzt noch nicht. Das ist der Blick in Euro-Norwegische Quone. Jetzt haben wir es eins nach neun. Ich habe fertig für die Besprechung am Morgen. Ich sage danke fürs Zuschauen. Fragen gibt es keine. Super, dann allen einen erfolgreichen Montag und bis morgen früh, pünktlich, 8.30 Uhr hier, live bei Tickmill Deutsch, dem Broker meines Vertrauens. Schauen Sie drauf, Top-Konditionen, super Trading-Möglichkeiten und die Handelsideen. Jeden Morgen noch on top, live hier und exklusiv bei Tickmill Deutsch auf Facebook oder im Zoom-Kanal. Danke fürs Zuschauen und bis morgen. Tschüss.